Ja, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe der Monday Night Wars. Und zwar besprechen wir die Ausgaben vom 9. Oktober 1995 und an meiner Seite ist natürlich wie immer der Micha. Guten Tag. Ja, Monday Night Raw fandet, wie ich schon gesagt habe, am 9.10.1995 in Chicago, Illinois aus dem Rosemont Horizon vor ca. 8500 Zuschauern. Wurde live ausgestrahlt beim Sender TNT und Komponatoren sind Bobby Heenan, Eric Bischoff und Steve McMichael. Bei Monday Night Raw wurde die Ausgabe aufgezeichnet am 25.09.1995, wurde aber jeweils am 9.10. ausgestrahlt. Im Grand Rapids, Michigan aus dem Grand Center immer noch vor 1.500 Zuschauern. Aus dem USA Network mit den Komponatoren Vince McMahon und Jerry D. King Lawler. Was ich noch vergessen habe zu erinnern, bei Chicago waren es um die 8.500 Zuschauern. Und die Ratings ist heute wieder ein Unentschieden und zwar 2.6. WCW Monday Night Raw Nummer 6. Die Show startet mit dem Angriff oder beziehungsweise mit dem Recap auf den Angriff vom Dungeon of Doom auf Hulk Hogan von der letzten Woche. Bobby Heenan erwähnt, dass Hogan, Giant und Sullivan heute alle am Start sind. Und dann gesellt sich auch schon Sting für eine kurze Zeit zu den Kommentatoren, denn er sagt, dass er die ganze Fete zwischen Luger und Savage heute beenden wird. Opening. Sting gegen Shark aka Earthquake. Sting kam hier raus zu den Kommentatoren, hat sein Kram gesagt, ist dann wieder Backstage gegangen, um dann seinen kompletten Entrance nochmal zu machen. Läuft bei Sting. Hat sich bei der WWF das abgeguckt mit Sean und Diesel. Shark attackiert Sting direkt am Anfang, gibt ihm Powerslam, gibt ihm 2 Elbowdrops. Sting kickt natürlich aus, macht dann den Braun Strowman Spot und weischt aus, während Earthquake quasi angelaufen kommt und in die Ringecke läuft. Er gibt dann dem Shark 2 Stinger Splashes, Stinger Splashes so rum. Danach kommt von ihm ein Flying Crossbody und er pinde ihn. Also relativ kurzes Match, ich glaube so 2 Minuten gegen das und der Shark wurde besiegt. Hätten wir, glaube ich, sogar noch weniger. Ja, natürlich die Ankündigung war natürlich die Frage, was passiert oder was würde da genau passieren, aber da werden wir später drauf eingehen. Match, ja, was soll man dazu sagen, ging es 2 Minuten oder bzw. 1,5 Minuten. Sting hat am Ende gewonnen, was denke ich mal jetzt nicht die schlechte Entscheidung war. Aber natürlich sehr, sehr logisch von der WC-Video von Sting. Erstmal hingehen, eine Ansage machen, dann wieder zurückgehen und dann sein Entrance haben. Ja, kann man mal machen, sag ich jetzt mal. Sabu gegen Mr. JL gab es als nächstes, a.k.a. Jerry Lynn mit einer Maske. Sabu legt direkt los, zeigt seine typischen Springboard Leg Drops und so, die er halt immer mal macht. Sabu zeigt dann einen Enzo Rigiri nach draußen. Jerry Lynn kommt mit dem Suicide Dive angeflogen. Spinning Heel Kick von Sabu. Danach gibt es einen Somersault Plancher nach draußen. Sabu schnappt sich dann natürlich wieder seinen Stuhl, um mit dem seine gewohnten Aktionen zu bringen. Im Ring gibt es einen German gegen Sabu. Springboard Azai Munsold gegen Jerry Lynn. Slingshot DDT vom Toprope, aber Sabu kriegt das draus aus. Sabu setzt dann seinen Hurricane Rana vom Toprope daneben, aber kann dann trotzdem den anfliegenden Mr. JL per Powerbomb abfangen. Und ja, dann zeigt Sabu den Camel-Klatsch und der Ref beendet das Match. Und Sabu hat dadurch gewonnen. Das Match war ziemlich awesome. War so das genaue Gegenteil zu Malenko gegen Guerrero aus der Vorwoche. Das war halt der technische Klassiker. Und hier war das halt so ein bisschen, ja, das Car Crash, wo sie sich gegenseitig halt mit irgendwelchen sicken Moves und Dives gegenseitig gekillt haben. Es war quasi das 2019 Indie-Match im Jahr 1995. Und ja, nach dem Match, weil Sabu ja sein Gimmick ist, dass er sich gerne umbringt und gerne seine Gegner umbringt, hat dann Jerry Lynn, das Sons und Flip Powerbomb noch nach draußen auf dem Hallenboden gegeben. Meltzer hat diesem Match dreieinhalb Sterne gegeben. War ein ziemlich schönes Match. Bei fünf Minuten. Kommen wir uns auf jeden Fall angesehen. Und ja, es war ziemlich gut. Wie du schon gesagt hast, komplette Gegner. Übrigens gab es ja Edwin Guerrero gegen Dean Malenko im Dark-Match anscheinend und Diamond Alice Page gegen Alex White um den WCW World Television Title. Ganz interessant zu wissen vielleicht. Aber war eigentlich schon ein cooles Match. Fünf Minuten und ja, Sabu gewinnt hier. Und ja, Sons und Flip Powerbomb sah sehr schmerzhaft aus. Sting und Luger im Ring. Sting ruft direkt Savage mit dazu. Er sagt, dass der Giant beide gegenseitig ausgespielt hat und dabei tut er selber noch das Spiel gewinnen, da er Savage, Luger, Hogan und so schon alle gechokeslamt hatte. Savage ist dann natürlich wie immer so ein bisschen der, ja, der Irrationale, sage ich mal. Und deshalb fragt er auch direkt nach, warum denn Sting noch nicht gechokeslamt wurde, ob Sting nicht mit Giant und einer Decke stecken würde. Und Sting sagt dann, Sting, Sting sagt dann, dass Macho Man, Randy Savage schon immer irrational sei. Und Sting sagt dann, dass alle was gemeinsam haben. Alle drei wollen den World Title. Bei Halloween Harrog wird ja Savage auf Kamala treffen und Meng wird gegen Luger antreten. Und wenn sie diese Matches gewinnen, dann sollen sie noch gegeneinander antreten, um dann den neuen Dambuan Contender auszumachen. Luger ist erst dagegen, aber Sting ist dann pisst und sagt, ey, ich hab dich immer unterstützt, Luger, also zieh jetzt nicht den Schwanz ein. Und im letzten, oder zum Abschluss des Segmentes, sage ich mal, tut dann Luger doch noch einwilligen. Und die zwei, beziehungsweise wenn es dazu kommt, drei Matches sind dann für Halloween Havoc besiegelt. Übrigens, das fand ich ein bisschen wacky, dass halt Sting so gefühlt ist. Erstens, dass er das Numbuan Contender Match quasi angesetzt hat. Also in der WWF haben wir ja wenigstens einen GM oder einen Commissioner, der das abregelt. Hier hat Sting halt das Match gebuckt. Und vor allen Dingen hat er halt die beiden gegeneinander in einem Numbuan Contender Match gebuckt und hat sich halt selber außen vor gelassen, was auch ein bisschen wacky war. Ja, das ist schon auf jeden Fall der Gegenteil, dass man zum Beispiel in der WWF ja den guten alten Guram und Sun hatte als Interim WWE President oder Chairman, wie man es auch sagen würde. Und hier entscheidet irgendwie jeder was. Also klar, es gibt Entscheidungen, wo es Border Directors kommen wird. Das wird man in den nächsten Wochen sehen. Aber ich fand schon komisch, dass Sting so sagt, ja, alle sollen den Titel gewinnen. Und dann nimmt er sich selber raus, was auch sehr komisch ist. Aber er hat es jetzt getan. Halloween Havoc gibt es jetzt drei weitere, oder ja, drei Matches, die als angekündigt werden mit Kamala gegen Savage und Luga gegen Meng. Ja, und dann auch bei gegenseitig, also Luga gegen Savage um quasi number one contender. Hört sich nicht schlecht an, aber da gab es natürlich wieder schon ein paar Luga gegen das Ding sich selber rausgenommen hat und das Ding einfach so die Entscheidung trifft. Eine Limousine kommt vor der Halle an. Chris Benoit steigt aus. Ja, sagt er nur, aha, hier spielen also die Big Boys. Damit der nächste internationale Cruiserweight-Star, der kommt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er sogar ECW-Tagteam-Champion, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja. Dann Disco Inferno kam raus. Ich habe den perfekten Vergleich. Disco Inferno ist Lacey Evans von 1995. Ja. Kommt raus. Und dann gibt es die Crowd-Reaktionsmischung aus, der geht mir voll auf den Sack oder halt Buchrufe. Das, was Lacey Evans also auch abkriegt. Also, perfekter Vergleich. Geht halt auf den Sack, ist halt da. Niemanden interessiert es. Kann man so sagen. Also, mit Chris Benoit, was man auch noch erwähnen kann, wenn man auf dem Network Chris Benoit-Matches sehen will, wird man nie den Namen explizit Chris Benoit sehen, sondern der zum Beispiel Eddie Guerrero gegen Chris Benoit zum Beispiel, dann steht dann Eddie Guerrero in Action. Oder Eddie Guerrero plus, ich glaube, der hat nächste Woche sogar ein Tag-Team-Match oder übernächste Woche, ich weiß nicht, wann das genau ist. Übernächste Woche. Übernächste Woche ein Tag-Team-Match, wo dann steht Eddie Guerrero plus XY in Tag-Team-Action. Disco kam vor dem Match raus von Big Barber Rogers gegen Hawke. Die beide haben den dann unterbrochen. Disco ist natürlich zunächst gegangen, hat aber dann, ja, der Jokester quasi, hat dann Hawke so eine Kappe von einem Fan hinten auf die Stacheln geklebt, gehängt. Ja, hatte keinen Sinn, war wacky, war Bullshit. Und Big Barber und Hawke hatten dann halt ihr Match. Barber Rogers macht den Baron Corbin, rennt quasi einmal um den Ring herum und geht dann wieder in den Ring und macht eine Clothesline. Es gibt einen Powerslam von Hawke gegen Rogers und dann kommt Disco beim Finish wieder rein, steigt auf den Apron. Hawke schnappt sich ihn und wird ausgezählt. Das war Shit. Hawke sah wie der größte Voll-Lap aus. Ja, der Disco-Entfernung geht mir mehr oder weniger auf den Sack. Dann, ja, das mit Hawke natürlich, man versucht ihn gut darzustellen und man ist ähnlich mit so einer Sache, ja, lässt man ihn komplett schwach darstellen. Hulk Hogan kommt raus, natürlich ohne Bart. Er ist auch des Weiteren komplett in Schwarz gekleidet. Die Story hier ist halt, dass mit dem Abrasieren seines Bartes ihm auch die Identität ein Stück weit geklaut wurde, was jetzt nicht die dümmste Story ist, sagen wir es mal so. Also es ist nachvollziehbar, weil es ist ja schon ein Markenzeichen von Hogan, sein Bart. Hogan ist auf jeden Fall pisst, trägt schwarz, sagt, die Spiele sind vorbei, er wird sich Giant und Sullivan schnappen, ja, er spielt jetzt die Spiele von Sullivan mit, er wird den Giant damals wie sein Vater Andre the Giant besiegen, ja, Gene erwähnt dann, dass Sullivan und Giant eine einstwellige Verfügung quasi stehen haben oder verordnet gekriegt haben, die dürfen die Halle nicht betreten, Hogan ist darüber pisst, weil er will natürlich direkt den Giant vermöbeln und dann fängt er an, gegen die WWF zu shooten und sagt dann, wie damals schon ein Promoter ein riesen Ego hatte und Hogan wurde vertrieben und Hogan ist dann zur WCW gekommen, zu den Big Boys und wollte hier mit seinen Hycomaniacs den Spaß haben und momentan kämpft dieser andere Promoter darum, seine Company am Leben zu halten und ja, so kleine Shoots. Ich denke, jeder wusste, wer gemeint war. Hogan hat dann das Abrasieren seines Bartes damit verglichen, als würde man die amerikanische Flagge verbrennen. Das war natürlich auch sehr dramatisch. Die Kamera cuttet dann Backstage und ein Monster Truck fährt vor die Halle. Kommt mit Polizeiautus natürlich, weil wie gesagt, die dürfen die Halle nicht betreten. Hogan cuttet währenddessen weiter seine Provo, ist weiterhin hyped, will weiterhin Giant killen und dann sagt ihm Gene, dass der Giant da ist und Hogan ist direkt übelst hyped und will Backstage gehen oder geht Backstage. Was man auf jeden Fall noch anmerken soll, dass Hulk Hogan ja ausgebucht wurde, als er reinkam, also relativ stark sogar, wo ich, sag mal, zur damaligen Zeit eines der ersten Male ist, wo Hulk mal ausgebucht wurde, als er rauskam quasi und ich glaube, ich glaube sogar, so Ende der Show gab es sogar Hogan-Sucks-Rufe, was auf jeden Fall sehr interessant ist, dass man es schon da langsam anfängt, so ich sag mal, zu sagen, ja Hogan sucks, wie es jetzt schon bei einem anderen Herd, wo das 15 Jahre später der Fall war, auch passiert ist. Finde ich mal sehr interessant und ja, das mit dem Charakterwechsel, wie gesagt, Hogan in schwarz zu sehen, ist natürlich, ich sag mal, wenn man es jetzt damals gesehen hat, ungewohnt, weil man ja immer so, dieses Red and Yellow ist halt sein Markenzeichen, sag ich mal, genauso wie der Bart halt sein Markenzeichen ist, sag ich mal so, kennt man halt Hulk Hogan in dem Sinne. Finde ich jetzt nicht schlimm, dass man sowas mal gemacht hat, mal probiert hat und gewechselt hat, was ich auch gar nicht angemerkt habe, was jetzt nicht mit das Deutsch zu tun hat, was wir, glaube ich, auch in der ersten Ausgabe nicht gesagt haben, dass Hulk Hogan mit dem Wechsel zur WCW, weil es passt eigentlich ziemlich gut, wo er den Seitenhieb gemacht hat, Hogan besitzt tatsächlich über seinen Charakter quasi diese Creative Control Klausel, das heißt, dass er über seinen Charakter bestimmen kann und wenn irgendwelche Angles und Szenen passieren, womit er nicht einverstanden ist, kann er quasi auf diese Klausel zurückgreifen. Wird im Laufe der Jahre auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Gut, naja, das ist ja auch so eine strittige Sache, weil Bischof selber sagt ja, dass er nie eine Creative Control in den Vertrag reingeschrieben hat, während gefühlt jeder andere sagt, es war so und Hogan hat ich glaube ich nie wirklich dazu geäußert, weil warum sollte er sagen, ja ich bin ein Arschloch und bocke mich an Top, also das ist ja bis heute eigentlich noch so ein bisschen die Frage, ob sie wirklich drin stand oder halt eben nicht. Ja, klar, auf jeden Fall soll es wie gesagt die Regel oder geklärt worden sein, dass es eine Creative Control Klausel geben sollte, was man meiner Meinung nach schon an manchen Stellen schon gesehen hat, dass es teilweise die gab, obwohl wie du schon gesagt hast, immer viele abgestritten haben, dass es nicht passiert ist, aber wie gesagt, das wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben, dass da die Rede war, dass es eine Creative Control Klausel anscheinend gab. Die Halle explodiert mit Pyro, weil der Cage runtergelassen wird für den Main Event, währenddessen wurde dann auch der Hogan Giant Kram abgehakt, in dem Big Bischof einfach gesagt hat, ja, die zwei, die sind draußen, aber die Polizei hat sie getrennt und wir haben nie wieder was von beiden gesehen. Und dann haben es zum Main Event Rick Flair gegen Arne Anderson im Steel Cage. Flair ist am Anfang natürlich am Drücker, kriegt einen Backbody Drop dann ab, Arne wirft ihn gegen den Käfig und Arne wird dann vom Toprop runtergechoppt, fällt dann mit den Eiern aufs Ringseil, sodass dann Flair wieder in Kontrolle ist. Flair wirft dann Arne ein paar Mal gegen den Käfig, Flying Brian kommt dann mit rein, klettert dann in den Käfig rein, beziehungsweise kommt nicht ganz rein, da Flair ihn vorher wieder rauswirft. Arne Anderson kann dann den ersten Figure for Lecklock abwehren und kann ihn mit irgendetwas schlagen. Das war tatsächlich ziemlich awesome, weil ich den der ersten im Matchverlauf auch nicht gesehen hatte, mit was er ist geschlagen hatte. Ich dachte mir erst so, okay, er schlägt ihn jetzt mit was und dann hat er ihn gepinnt und dann dachte ich mir, okay, das war ein ganz schönes Shit, finde ich. Aber Bischof ist dann ausgemacht und hat gesagt, oh, das waren bestimmt Brass Nucks und die anderen Kommentatoren haben auch nichts gesehen und die Wiederholung hat dann gezeigt, das waren tatsächlich Brass Nucks und das war ziemlich awesome dann. Ja, wie gesagt, Match ist dann vorbei, Arne hat gewonnen, wurde wieder gescrewt, der Herr Flair und Flair ist dann zu den Kommentatoren hochgerannt, war angepisst und hat gesagt, ey, nächste Woche Handicap Match, ihr zwei gegen mich. Wurde dann letzten Endes nicht so dargestellt, weil die Kommentatoren sind zum Schluss nochmal die Karte durchgegangen, haben gesagt, DDP gegen Johnny B. Bad, Guerrero gegen Benoit, ja, kleine Schmankerl, Hexer Jim Duggan gegen Meng und Arne Anderson und Brian Pillman gegen Rick Flair mit oder vielleicht auch ohne Partner, aber man hat hier auf jeden Fall offen gehalten, dass Flair theoretisch einen Partner haben könnte oder haben wird. Ja, wer es letztendlich wird, das wird man sehen, auf jeden Fall ein Steel Cage Match, was kurz war und ein Finish, was man auch im ersten Moment, habe ich gedacht, was ist das für ein Scheiß-Finish, bis dann er das gesagt hat und dann habe ich auch die Wiederhole nochmal angegesehen und dann dachte ich so, ah, da war doch ein Schlagring dabei und unbemerkt hat das Brian Pillman ihm gegeben und letztendlich dann Arne Anderson als Sieger, wo dann Rick Flair dann wieder ausgemarkt ist, ich meine sogar von Eric Bischoff sogar Mikrofon kaputt gemacht hat, ja. Genau, das Mikrofon kaputt gemacht und ein alter Rick Flair manier gesagt hat, okay, ich will jetzt die beiden direkt zusammen haben. Gut, hast du noch was zu Nitro zu sagen? Ja, tatsächlich habe ich noch was zu sagen und zwar ist mir noch aufgefallen und das steht auch hier laut den Notizen und zwar hat Eric Bischoff, wie man ja weiß, das habe ich auch schon Anfang der Raw-Ausgabe beziehungsweise Anfang der Ausgabe gesagt, dass Raw ja immer aufgezeichnet ist, das heißt, dass dann eigentlich die Taping-Ergebnisse bekannt sind und da hat Eric Bischoff gesagt, dass der gute alte Yokozuna, Owen Hart und British Bulldog gegen gewisse Leute antreten wird, beziehungsweise hat den Sieger von diesem Match verraten und auch dem Main-Event verraten, was da passieren wird. Das wird es auch öfters geben und bei einem, bei einer Sache ganz, ganz spät gibt es den Spoiler tatsächlich, der ganz negative Auswirkungen für die WCW hat, aber das erst in paar Jahren. WWF Monday Night Raw, ich wollte gerade Nitro sagen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, ja. Ging direkt los mit dem eigentlichen Key-Match des Abends, Owen Hart, Yokozuna, British Bulldog gegen Diesel, Shawn Michaels und den Undertaker. War das Match, dazu kommen wir später. Babyface dürfen erstmal alle ran. Alle haben gegen die Heals ausgeteilt, bis dann Taker von Yokozuna den Samoan-Drop abkriegt. Das war dann ziemlich geiles Spot, weil Connett steht halt draußen, lacht sich schon dann ab, so von wegen haha, Yokozuna hat gerade den Taker gekillt, aber der Taker no-sells natürlich und steht auch und gibt Yokozuna einen Tornado-DT. Dann wird Whale und Mercy auf der Rampe gezeigt. Ist nie was draus geworden, der war auf einmal wieder weg. Nach der Werbung kommen dann die Heals wieder zurück ins Match, nachdem Yokozuna Shawn Michaels einen Yoranagi gibt und dann haben halt erstmal die drei Heals wieder angefangen zu dominieren. Dann kam natürlich wieder Dean Douglas raus, der hat sich Notizen zu seinem In-Your-House-Gegner Shawn Michaels gemacht. Owen Hart zeigt ein paar Dives vom Top-Rope gegen oder nach draußen beziehungsweise in den Ring. Er hat einen Ach gut, was soll das werden? Es sollte entweder ein Headbutt oder ein Frogsplash werden. Aber genau als er hochgegangen ist, wurde in die Werbung geschaltet. Fantastisch. Das ist noch schlimmer wie heutzutage. Und dann wurde uns aber netterweise nochmal die Wiederholung gezeigt und er hat dann den Frogsplash tatsächlich daneben gesetzt und Michaels hat dann den Hot-Tag geschafft zu Diesel. Der geht dann erstmal ab und Yokozuna hat dann Diesel einen Legdrop gegeben, während der Ref den Taker gerade rausgeworfen hat und British Bulldog hat dann das Cover gegen den WWF-Champion geschafft. Und Postmatch ging es dann weiter mit einem Brawl. Mabel kam dazu und die haben dann mit Camp Cornett zusammen, oder er hat mit Camp Cornett zusammen den Taker gekillt. Bulldog nimmt sich seinen Gegner Diesel, die Nackles kommt noch mit dazu und nimmt sich Shawn Michaels, sodass quasi alle In-Your-House-Partien da gerade sich gebrault haben. Und ja, der Beatdown ging gefühlt acht Jahre, der Taker hat gefühlt 20 Legdrops abgekriegt von Yokozuna und von Mabel und hat sich dadurch dann ja auch einen, ich glaube einen Wangenknochen oder sowas gebrochen und war dann auch erstmal für ein paar Wochen weg und kam dann ja mit Maske wieder zurück, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber ja, der Taker wurde hier auf jeden Fall erstmal verletzt, hat glaube ich sogar noch ein Hausschau-Match oder zwei geworkt, aber durch die Schmerzen hat er dann sich mal untersuchen lassen und hat dann gemerkt, ah fuck, ich sollte mal ein bisschen Pause machen. Ja, also hat sich ein Knochenbruch in der Augenhöhle irgendwie sich eingefangen durch die Attacke von King Mabel. Ist natürlich sehr super, dass man sowas macht. Ja, war wie du schon gesagt hast, das Key-Match. Ja, Match war jetzt nicht scheiße, es war okay. Es war halt gefühlt lange, also ich lese hier Matchzeit 12 Minuten. Für mich war... Ja gut, ich meine, waren wahrscheinlich 12 Minuten Match und 18 Minuten Beatdown. Ja. Also der Beatdown, der ging halt forever. Ja, also das war echt sehr, sehr lange. Also Mensch, wie gesagt, war okay, der Beatdown war da, aber sehr lange. Ich fand es sogar zu lange. Also, wenn man überlegt, wie heute die Beatdowns sind, ist sie zu damaligen Zeiten ja noch wirklich sehr, sehr lange. ähm, ja, die Heels haben hier dominiert. In dem Fall, ich weiß, ist das sogar die Go Home von In Your House? Das war die Go Home von In Your House. Genau, das war die Go Home von In Your House. Und, äh, ja, natürlich, Beatdowns haben dominiert und, ähm, ja, mehr kann man zu dem Segment eigentlich nicht sagen. Letztendlich haben die Heels dominiert, Match war ordentlich, Alter. So, und jetzt, ähm, ja, also, das kann ich jetzt schon mal sagen, äh, die Show wird nicht lange raw, was wir da besprechen, denn es ging weiter, Recap zum Brawl zwischen Bret Hart und Lawler und Yanking von letzter Woche, dann gibt's ein Recap zum Yanking gegen, äh, Bret Hart Match, was zum Summerslam war, was inzwischen auch schon fünf, sechs Wochen her ist, aber man muss es halt zeigen, weil halt nächste Woche das Cage Match kommt. Das ist halt so, das gab's in drei, vier Wochen, nochmal, ich glaub bei Nitro, da haben sie irgendwann mal ein Match, also jetzt Yanking und Bret Hart, die hatten ihre Fede, hatten ihr Match beim Summerslam, Bret Hart wurde nach dem Match gekillt von, von Lawler, dann war irgendwie fünf, sechs Wochen Schluss und letzte Woche gab's wieder ein Angle, um jetzt nächste Woche, also quasi letzte Woche gab's ein Angle von der heutigen Raw aus gesehen, um ein Match zu hypen, was zwei Wochen später, also nächste Woche bei Raw stattfindet, in einem Cage Match, was da noch der Blow-Off ist, was halt, also heutzutage würde das einfach nicht funktionieren, also Bret Hart haben wir ja auch in Ring-technisch, glaube ich, jetzt auch noch gar nicht bei der Raw gesehen, was ja auch heute undenkbar ist, dass der Topstar fünf Wochen nicht bei der Show ist, obwohl er fit ist und alles, also von daher ist es schon komisch, das zu sehen und wie gesagt, als auch die Fäden, dass er mal vier Wochen hat er nicht gegen Lafitte gewächselt, äh, gewresselt, stimmt, er hat gegen Lafitte einmal gewresselt, stimmt, ähm, das war ja das Rematch von India House, okay, dann einmal aber trotzdem in sechs Wochen, also das ist ja, oder in sieben, das ist ja heute undenkbar und, äh, auch, dass sie wie gesagt drei, vier, fünf, sechs Wochen quasi Pause machen zwischen den einzelnen Angles für die Fäden, ist halt auch Bullshit, das wird halt heute auch nie passieren, ähm, und das ist halt so, man muss halt eine gesunde Mischung finden, weil ich finde hier, war es zu lang zwischen den einzelnen Angles, ich meine, hier wurden natürlich die Recaps reingeprügelt, dass es halt wieder drauf hat, dass was passiert war, ähm, und heute ist es zu krass, dass du halt zweimal die Woche gesagt gekriegt hast, was passiert ist, ja, deshalb wurde halt so ein, so ein WrestleMania Women's Main Event Main Event tot gebuckt, weil du halt zweimal die Woche Angles gesehen hast, für acht Wochen lang gefühlt, und hier hast du halt zwei Angles in acht Wochen gesehen, so gefühlt, also, ja. Man darf nicht zu wenig machen, aber auch nicht zu viel, wie du es jetzt letztendlich sagen willst, also, man soll nicht zweimal die Woche machen, in dem Sinne, aber auch jetzt nicht zweimal in acht Wochen, quasi, so kann man dann sagen, deswegen war es auch, äh, eine Show, wo man auch jetzt nicht viel besprechen konnte, weil wie gesagt, man hat letztendlich ein Recap von der Fede zwischen Hart und Jankin und auch Jerry Lawler letztendlich gesehen. Ja, ich habe ja kritisiert, dass bei der Post-Smackdown-Wrestlemania nichts passiert ist, aber das war hier die Krone, weil hier ist wirklich nichts passiert, weil dann hatten wir noch ein Match, das war jetzt Skip mit Sunny, der gegen Fatou verloren hat, ich glaube, in drei, vier Minuten, das war also auch nichts prickelndes, ähm, willst du zu dem Match was sagen? War halt, war halt, war halt da ein Match, fünf Minuten, Sunny war ein Highlight, Fatou, aka Rikishi war am Start, hat gewonnen, ja. Dann war ich pisst, ich glaube zum ersten Mal, seitdem ich jetzt die Nitros und die Braws gucke, also quasi seit 10, 11 Shows, war ich zum ersten Mal pisst, denn die haben den fucking Beatdown vom Opener nochmal so gut wie komplett gezeigt hier, also bestimmt nochmal sechs, sieben, acht Minuten Beatdown gesehen, den wir vorher schon mal gesehen haben, aber Michael Hayes Backstage, der hat versucht, die Faces zu interviewen, hat gesagt, nee, die sind alle nicht in der Lage dazu, Michael's wäre irgendwie zusammengebrochen und sie wären alle nicht mehr dieselben wie vor dem Match und sie hätten so aufs Maul gekriegt und bla bla bla, also ist dann Jim Ross zu den Heels gegangen, Cornette hat ihn dann ja angemeckert, dass er nicht, dass er hätte klopfen sollen und was weiß ich und hat dann halt den Bulldog gehypt und er hat heute den Champ gepinnt und das ist schon mal ein Vorgeschmack für In Your House 4 und Bulldog nimmt ihn halt den Titel ab und nimmt ihn mit heim nach England und die englischen Fans werden ihn dann lieben und Mabel kommt dann noch mit dazu und klatscht mit Bulldog ab und die sind dann die absoluten Buddies und Mabel hat sich dann gehypt und hat gesagt, er hätte den Taker schon mal gepinnt und wird es am Sonner wieder machen. Keine Ahnung, wann das passiert ist, kann ich mich auf jeden Fall nicht dran erinnern, dass er den Taker gepinnt hat. Ich auch nicht. Und ja, dann gibt's wieder mal ein Beatdown zum, ein Recap zum Beatdown aus dem Opener, das ist dann der zweite und dann endet die Show, indem angesetzt wird oder angesagt wird, dass nächste Woche Yankim gegen Hart das Steel Cage Match passiert und es sollte Jerry Lawler eingreifen. Ja, hier hat man gesagt, das war am Ende anders da, dazu werden wir noch kommen, aber hier wurde's gesagt, sollte Jerry Lawler eingreifen, müsste er gegen Bret Hart auch im Steel Cage Match antreten und ja, dann gab's noch ein kleines Hype-Video für das Steel Cage Match und damit ging die Raw zu Ende mit zwei Matches und das waren so ungefähr 15 Minuten Matchzeit und 30 Minuten Recaps. Letztendlich braucht ihr eigentlich von der Raw nicht alles zu sehen, sondern letztendlich wirklich gefühlt nur gar nichts. Einerseits gar nichts oder wenn ihr euch was angucken wollt und nichts wiederholt werden wollt, dann guckt Nitro. Dann guckt euch so 15, 20 Minuten an, dann reicht das. Guckt euch einfach mal, anstatt 45 Minuten Raw, guckt euch einfach 20 Mal Sabu gegen Mr. JL an und dann passt. Ja. Das ist, denke ich, mal die bessere oder um die Zahl zu überbrücken, 10 Mal, dann reicht das auch schon. Dann habt ihr die 45 Minuten bis 9 Mal. Dann habt ihr 45 Minuten auch überbrückt. Ah, es gibt sogar 5. Ja. Oder? Wie lange ging das Match? Ich muss mal gucken. Boah, 5, 6 Minuten. Laut 4 Minuten 28. Ja. 5 Minuten laut Cage Match. Okay. Ja, soviel zu Raw. Dann gehen wir mal zum Fazit. Ja. Fazit ist, Nitro war grundsolide und Raw hat gesackt. Also das war wirklich eine absolut beschissene Raw. Das ist auch eine der schlechtesten Raws, die ich jemals gesehen habe in meinem ganzen Leben. Weil wenn man heutzutage 3 Stunden nicht gefüllt kriegt, da sage ich okay. Aber die haben es ja nicht mal geschafft 45 Minuten zu füllen. Also der Opener war okay. Der Beatdown war okay. Aber 10 Minuten zu lang gefühlt. Das eine, das andere Match war halt so ein längerer Squash, was irgendwie 2 Minuten ging oder so. Und der Rest waren halt komplett Recaps. Und das war halt Bullshit. Ja, also ich muss dazu sagen Und es war übrigens nicht die Go-Home, wenn ich gerade in die nächste Woche hineinblicke. Ja, ich wollte schon sagen, irgendwie hatte ich doch noch was im Kopf, dass da irgendwas noch wegen dem Taker noch was gesagt wurde, das halt nicht antreten wird. Ja, genau. Das hatte ich doch im Kopf, ja. Genau, also Nigel war okay. Es gab auch Stellen, die ich jetzt nicht so gut fand in dem Sinne, wie zum Beispiel das Ding rauskommt, wird sagt, wie der reingeht oder das auch mit das Ding, was er da in der Promo gesagt hat, aber es gab halt ein JL gegen Sabu, was gut war, der erste Auftritt von Chris Benoit quasi, was auch sehr interessant ist, also quasi auch mal seinen Werdegang zu sehen. Auch wenn man überlegt, so damaligen Zeitpunkt Chris Benoit wie der da für den Standpunkt hat und jetzt wie es heute ziemlich aussieht mit dem, wenn man weiß, was natürlich alles passiert ist. Sag ich jetzt mal. Dann natürlich mit Rogers gegen Hawk, das war shit. Der Mini war doch okay. Soweit alles in Ordnung. Beziehungsweise, wenn ihr wissen wollt, auch ganz nett, wenn ihr wissen wollt, was bei Raw passiert ist und gleichzeitig Nitro gucken wollt, guckt euch Nitro an, weil Eric Bischof spoilert sowieso die Raw-Ergebnisse. Das stimmt. Also da hätte man diese Woche wirklich kein Raw gucken müssen. Genau. Und warum wir es machen konnten, das war, weil Raw getaped ist. Also das Six-Man-Tech-Tematch war okay, der Beta war okay, aber auch schon gesagt zu lang. Der Main-Event mit Skip gegen Fatou war auch in Ordnung, 5 Minuten, aber es gab halt so viele Sachen, die gezogen, deswegen war Raw echt nicht, so viele Recaps und so, das war echt unnötig, also, dass sie das nicht gefüllt kriegen. Deswegen würde ich auch hier den Punkt Nitro geben. Auch wenn ich sagen muss, dass Nitro jetzt keine geile Show war, aber sie hatten halt unter anderem ein 3,5-Stelle, also ein wirklich gutes Tabu gegen JL-Match und letztendlich war es soweit solid. Deswegen würde ich hier den Punkt Nitro geben und damit würde es bei mir, ich denke auch bei dir, 4 zu 2 stehen. Ja. Genau, soviel zur Ausgabe 6 der Money Night Wars Nitro vs. Raw. Würde ich mal sagen, eure Meinung, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben zu dieser Ausgabe, wie ihr die fandet und wenn ihr den Punkt geben würdet und was ihr besser finden würdet und dann würden wir natürlich in die nächste Woche gehen, wenn wir dann die siebte Ausgabe von Nitro besprechen und dann würde ich mal fragen, willst du noch was abschließend was loswerden? Nee. Da würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal, haut rein und ciao. Ciao.